Servus zusammen. Ich glaube, das ist richtig geil. Jan stirbt gerade, glaube ich, in der Tour. Er hat zumindest geschrien wie Adam Ondra. Ich bin hier, um ganz kurz euch unsere Schuhe zu zeigen, die wir im Shop haben, mit No Edge. No Edge, ganz einfach, verzichtet auf die klassische Kante. Geht darum, dass du einfach ein bisschen mehr Sensibilität in den Fuß bekommst, dadurch mehr Druck in die Innenseite kriegst und einfach näher am Felsen dran bist. Wir haben einmal ein Modell als Schnürer, den Genius. Dann haben wir einen reinen Slipper, das ist der Speedster. Und einen mit Klett, der Futura. Alle drei Modelle gibt es bei uns im Shop. Super für den Felsen. Auch für die Halle top geeignet. Probiert sie einfach mal an. Und ja, ab in die Boulder-Boutique. Spaß dir ja, ab in die Boulder-Boutique.